Lass uns über Geduld sprechen. Was ist Geduld? Ist Geduld gut? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs und mit dem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Also was ist Geduld? Es ist die Fähigkeit, eine Verzögerung zu tolerieren, aber auch Schwierigkeiten und Leiden zu akzeptieren, ohne dann ungeduldig, ungehalten oder gar wütend zu werden oder frustriert. Ich war früher ein extrem ungeduldiger Mensch und mein erster Weg zu diesem Thema, um etwas zu lernen, war eine wichtige Unterscheidung. Ich habe gelernt, dass es in manchen Kontexten wichtig ist, geduldig zu sein. Mit Kindern zum Beispiel sollten wir geduldig sein, auch mit alten Menschen, mit Kranken, mit uns selbst, wenn wir krank sind oder niedergeschlagen. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, Ungeduld ist wichtig, wenn ich Mitarbeiter führe. Unternehmer, habe ich gedacht, sollten ungeduldig sein. Heute habe ich da eine andere Meinung. Ich glaube, dass Geduld ein ganz wichtiger Bestandteil ist, um eine bestimmte innere Leichtigkeit zu spüren. Ich glaube, dass wir eine gute Beziehung zur Zeit entwickeln müssen. Wir müssen verstehen, jeder Mensch hat eine Eigenzeit. Das hat dann nichts mit der offiziell gemessenen Zeit zu tun, sondern das ist die Zeit, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen, wenn wir etwas tun. Wenn wir mit Eigenzeit arbeiten, dann fühlen wir uns wohl, fühlen wir uns leicht, dann genießen wir den Prozess. Etwas ist ganz wichtig zu verstehen. Die Geduldigen haben nicht weniger Ambitionen, sind nicht weniger Ehrgeiz. Es ist sogar anders. Wenn wir geduldig sind, dann geben wir uns selber die Erlaubnis, uns riesengroße Ziele zu setzen und sie zu erreichen. Wenn wir ungeduldig sind, dann werden wir sehr leicht unsicher. Wir machen dann unser Wohlbefinden, unseren Erfolg, davon abhängig, ob wir etwas in einer bestimmten Zeit erreichen. Wenn du aber immer alles noch fertig bekommen möchtest, fertig in einer bestimmten kurzen Zeit, dann nimmst du dir selber die Chance, den Prozess zu genießen. Und wenn du den Prozess nicht mehr genießt, dann bist du sehr empfänglich für ein Burnout. Was heißt das praktisch? Wenn du eine Führungskraft bist, dann umgib dich nur mit Mitarbeitern, die zuverlässig sind, die einen bestimmten Ehrgeiz haben. Umgib dich also mit Menschen, deren Arbeitsstil du respektierst. Denn mit solchen Menschen musst du nicht ungeduldig werden. Du vereinbarst mit diesem Mensch ein bestimmtes Ziel und ja, auch einen Zeitraum, einen Zeitrahmen. Du berücksichtest dich aber im Gespräch mit diesem Menschen die Tatsache, dass er eine Eigenzeit hat. Und wenn die Eigenzeit der Mitarbeiterin zum Beispiel zu sehr abweicht von deinen Vorstellungen, dann könnt ihr nicht zusammenarbeiten. Denn dann würdest du ungeduldig, zappelig und in der Folge würdest du keine gute Führung für diese Person leisten können. Also nochmal, umgib dich mit Mitarbeitern, mit Mitarbeiterinnen, Kollegen und Partnern, die selber ehrgeizig sind. Die du also eher bremsen musst, als sie anzutreiben. Und für dich selber gilt, natürlich ist es wichtig, dass du deine Ziele erreichst, auch in einer bestimmten Zeit. Berücksichtige aber immer dabei deine Eigenzeit. Berücksichtige dein Bedürfnis, den Prozess zu genießen. Dafür brauchst du etwas mehr Zeit, als wenn du den Prozess einfach nur so schnell wie möglich zu Ende bringen willst. Aber genießen ist wichtig. Genießen hat mehrere Vorteile. Erstens, deine Arbeit wird besser. Warum? Wenn wir etwas lieben, sind wir einfach darin besser und auf Dauer sogar viel besser. Zweitens, wir werden dabei noch besser. Wenn wir etwas genießen, lernen wir leichter und entwickeln darum eine immer größere und stärkere Expertise. Menschen, die nicht genießen, lernen wenig. Und viele Menschen haben deshalb in der Schule lange nicht die Leistung gebracht, die sie hätten bringen können, weil sie einfach keinen Spaß hatten durch die Art und Weise, wie der Unterricht stattfindet. Drittens, wer seine Arbeit genießt, wird weniger krank, bekommt wahrscheinlich auch keinen Burnout. Viertens, wer seine Arbeit genießt, ist auch ein sehr angenehmer Partner und Kollege. Der verbreitet einfach gute Vibes. Du freust dich, wenn du den siehst oder die siehst. Du freust dich einfach. Und fünftens, wer seine Arbeit genießt, ist geduldig. Und ja, ich glaube fest, Geduld ist eine große Stärke. Manche jungen Menschen sind sehr ungeduldig. Ungeduldig, dass sie immer noch nicht die Leidenschaft ihres Lebens entdeckt haben. Hör mal, ich habe meine entdeckt, als ich 35 Jahre alt war. Und mit 37 habe ich erst angefangen. Weil ich jetzt schon ein bisschen älter bin, sieht das so aus, als hätte es mich ewig schon gegeben. Aber erst mit 37 habe ich angefangen. Darum sage ich zu jungen Menschen immer, sei geduldig. Experimentiere, probiere was aus. Bereite dich aber gleichzeitig darauf vor, indem du lernst. Experimentiere bedeutet nicht, dass du einfach nur lebst, sondern lerne. Lerne jeden Tag mindestens eine Stunde. Und dann müssen wir wissen, das Leben besteht nicht nur aus hellen Noten. Es gibt auch die dunklen. Es ist wie am Klavier. Die dunklen, das sind dann Krankheit, Unfälle, Verluste, Trennungen, irgendwelche schwierigen Situationen. Und in solchen Situationen ist Geduld eins der wichtigsten Dinge, die wir auf unserer Seite haben können. Wenn wir gelernt haben, geduldig zu sein im normalen Leben, können wir viel leichter die Schwierigkeiten des Lebens ertragen, wenn sie uns treffen. Wir verlangen dann nicht sofort vom Leben, dass sofort wieder alles schnell, schön, hell, klar, strahlend wird. Der Geduldige kann das Leben besser akzeptieren. Vielleicht regen dich diese Ideen zum Nachdenken an und wenn das so ist, dann empfehle ich dir, setz dich einfach mal fünf bis zehn Minuten hin und formuliere deine Ideen über Geduld. Die Geduldin wird es in der Strategie. Vielen Dank.